Wer steckt wohl? Für Gewinner ist das eine frei! Ein Hey, da ist ja, Maria. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Der Christian Klinger in der fünften Runde, in der letzten Runde. So, der Sieger ist der Name, der D22. Christian Klinger von der EG Oppenold, Platz Nummer 2, D31. Platz Nummer 3, Platz Nummer 4, D80. Rennen, 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 Rennen.